Musik Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Wir sind hier in der Silberbruchmine und es hat sich im Vergleich zum letzten Mal nichts geändert. Ich bin aber wieder am überlegen, ob ich nicht vielleicht doch wieder mit Empowered Seals spielen soll. Es ist lustig einfach, weiß nicht. Ach, das macht alles irgendwo Spaß. Ach, keine Ahnung. Ich kann mich doch irgendwie nie so entscheiden. Letztes Urteil hat halt einfach den Vorteil, dass halt der, 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 der Druck, wenn Proxs da sind, ist der Druck halt immens. Vor allem im AOE-Bereich, dass das im Moment gehen. So. Ich weiß es halt nicht. Das ist halt einfach so eine Sache. Ich weiß auch nicht so genau, wie ich es beschreiben soll. Beziehungsweise, nee, das ist eigentlich ganz einfach. Der, der Druck mit, der AOE-Schaden ist einfach so unglaublich hoch. Da weiß ich echt nicht. Tja, was macht man dann? Was ich natürlich mal machen kann, im Zerg, das könnte ich mal wieder spielen. So spielt man das. So spielt man das normalerweise als Red im RBG. mit Siegel der Rechtschaffenheit. Klar, letztes Urteil wegen AOE und den Hammer des Lichts. Da wird ein Grip gemacht. Dann wird der Hammer auf das Ziel vorher geschmissen. Und dann kommt der Grip. Alles dauerslow. Bisschen Damage, bisschen Heal. Und dann mit Wings und allem drauf. Und dann fällt, sollte eigentlich ein Ziel fallen. Dann kommt noch eine Smog vorher drüber. Und dann ist alles ein Beam und alles. Und dann geht beim Gegner eigentlich gar nichts mehr. So, da ist jetzt zum Beispiel nix. Ah doch, jetzt kommen sie. Das Ding mal hin. Poppen hier. Wall is up. So, ich habe sogar Asphalto-Siegel drin. Scheiße. All these im Stun. Wall. Äh. Kick. Kriegt man nicht tot. Ja, hier sind es jetzt zu viele. Also Damage drücken. Ja, können wir. Bubblen können wir nicht mehr scheißen. Tja, aber der Druck ist schon immens, ne? Mit allem. Okay, Divine Storm. Licht hier, ne? Wow, 13,5k Crit. Ist nicht schlecht. Ist nicht weltbewegend, aber es ist halt was, ne? Ich hatte am Anfang gar nicht das richtige, das passende Siegel drin. Die Gerechtigkeit. Den holen wir gleich wieder raus. AI-Schaden, also raus. Ne, da muss ich nicht, ich muss den Sie nicht benutzen. Dafür auch nicht. Dafür auch nicht. Dafür aber auch nicht. Ah komm, verlor. Ja, natürlich. So, wenn du das auch zu haben, kriegst du einen Stun. Hammer da hin. Jetzt stirbst du einfach da. Ach, steht er wieder auf der Bub. Haha, geht's nochmal ein Stun. First line. Warrior's down. Good. Hilfe. 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 Freedom. Nachbuffen. Jetzt hab ich den Hammer nicht gehört, scheiße. Dann müssen wir halt so mal abziehen. Na, dann kommt ja auch ein Trupp zusammen. Boah, jetzt wirbelt der Depp den. Verliert inline. Ja, ist der Hammer. Das sind viele lustige kleine Zahlen. Was wildbewegendes. Inline. Fürsat Stun. Wall is up. So stirbt halt nix, ne? Das ist es halt dann wieder. Für Heiler haben wir dann drei. Inline. Alles weiter. Kann ich den nicht boppen? So einer sein. Ob. Keiner will dich, keiner braucht dich, keiner mag dich. Scheiße. Ist mal tot. Hahaha. Ist mal tot. Keine Chance. Boah, der Damage. Absorben. Ich hasse es, wenn alles absorbiert wird. Oh, ich kann ja die Hume hier. Klack. Ganz vergessen. Immer unglaublich. Der Matchboost mit 50 Stärke. Woo. Hammer ist wieder bright. Bright. Oh nein. Er will, der Hornox wirbel den. Was hab ich schaden? Oh, der hab ich erst mal angegriffen. Oh, der kommt schon. Oh, der hat sich gerade gedacht, ich geh da jetzt rein. Oh, du kriegst mal ein Stun-Up. Oh, geil. Oh, der Schammi ist wieder da. Oh, der tötet mir ihn. Haben wir's? Stimmt. Ja, mit dem Hexer wahrscheinlich schon. Da ist dann... ...der Hexer. ...hunter. Deterrent. So, da ist der Priest. Der Bear sieht. Nee, oder nicht. Nein, du bleibst hier. Du bleibst hier. Ich werde dich wahrscheinlich nicht töten können. Dazu fehlt mir das Prog. Vielleicht mal Pre-Freedom. Ah, scheiße. Jetzt hab ich mich schon. Nein, hab ich nicht. Hahaha. Kann er schubst? Nee, kann er nicht. Oh. Schlecht. Das ist denkbar schlecht, was ich da gemacht hab. Ja, wo können wir den Schammi töten? анvieh. First blood. Dann finden wir den Schammi Bank. Dann werden wir den Schammi eurer. Jetzt kann ich dich nicht angreifen, super. Oh, natürlich noch erwischt. Ja, tot. Ah. Das ist, dass ich krass gegenhalten kann, gell? Oh, es hat noch einen Star beholt. Nein, Mini-Shari, klar. Ich muss nicht hingehen. Aber alles ist verloren. Das ist noch eins gezeigt, nur noch. Schauen wir es dann. Ich muss dann weg. Wir holen mal Antroiden hier. Oh, nee. Weiter. Und, da warte ich noch. Ja, da ist die Niederlage immer ganz krass. Aber ihr seht, es geht also mit AE geht das schon. Wenn das richtig getimed ist, fliegen da schon die Fetzen für Rettverhältnisse. Und man braucht halt noch ein bisschen Proc-Luck. Äh, ja, ihr mit. Damit, genau. Ja. In diesem Sinne will ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn man was sagen soll, ab da mit in den Kommentaren, auf Twitter oder auf Facebook. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Nachbar grüß. Tschüss. Päck sein. Töck. Tschüss. Vielen Dank.